Und damit herzlich willkommen zu einem Unboxing Video, auf das ich mich sehr freue, weil es nämlich um ein ziemlich cooles Notebook geht. Es ist wie ein Ultrabook, allerdings mit ultra viel Leistung. Also die technischen Daten sehen wirklich, wirklich gut aus. Wir haben da zum Beispiel eine GTX 1080 drin, aber dazu kommen wir dann gleich noch im Detail. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Verpackung auf und ein paar von euch haben es natürlich auch schon im Titel gesehen, der nimmt es ja immer vorweg, aber haben vielleicht jetzt auch schon geahnt, dass es eben um das neue Asus Cephyrus geht. So, dann öffnen wir hier mal die Box. Im Karton haben wir dann nochmal diese schicke Box hier, die ist auch nochmal mit Folie eingeschweißt. Hier so ein glänzendes AOG-Logo. Gefällt mir schon mal ziemlich gut, aber ich will es jetzt natürlich endlich auspacken. Und deswegen schneiden wir hier einfach mal die Folie etwas ein. So, und dann können wir endlich den Deckel anheben. Und wie gesagt, ich bin richtig gespannt, weil ich das Gerät einfach mega cool finde zum Aufklappen. Wow. Da haben wir das Notebook schon direkt hier oben drauf. Hier unten haben wir eine kleine Lasche zum Rausheben. Wow. Okay. Mit dem Wissen, was hier an Hardware drin ist, ist es umso krasser, das jetzt hier das erste Mal in die Hand zu nehmen. Aber ich lege es jetzt trotzdem erstmal einmal kurz zur Seite, damit wir schauen können, was eben noch alles so in der Verpackung drin ist. So, weg hier mit der Pappe. Dann haben wir hier auch noch was. Achso, das kann man aufklappen. Okay. Da haben wir jetzt also hier eine gute Übersicht über das ganze Zubehör. Wir starten hier links mit diesem kleinen Paket. Und da drin haben wir tatsächlich eine kleine Gaming-Maus. Auch nicht verkehrt. Beim Zocken unterwegs ist natürlich das Trackpad eine tolle Sache, aber sobald man einen Tisch zur Verfügung hat, ist eine Maus definitiv viel, viel, viel angenehmer, um zu spielen. Also hier eine Maus. Das ist die, hier steht es, die Strix Impact. Schön, schön. Weiter geht es mit dieser kleinen Schachtel hier. Und das fühlt sich ein bisschen nach Papierkram an. Auch hier, ich finde es echt cool. Es ist wirklich hochwertig verpackt. Schön hier immer mit dem glänzenden Logo in schwarz. Also ich mag das, wenn der Hersteller sich eben so ein bisschen Mühe dabei gibt. Dann haben wir hier ein bisschen Papierkram, wie gesagt. McAfee, Live-Safe, brauchen wir nicht. Dann hier Garantie, Hinweise und ein Quick-Start-Guide-Aufkleber. Leider so ein bisschen wellig, aber das ist nur die Folie dahinter. Perfekt. Alles dabei, alles schön. Dann haben wir hier oben eine Handballen-Auflage. Finde ich auch ziemlich cool, dass das dabei ist. Mal kurz einmal auspacken. So sieht das Teil dann aus. Hier nochmal mit Republic of Gamers Schriftzug. Und warum die auf jeden Fall Sinn macht, seht ihr dann gleich, wenn wir das Notebook das erste Mal aufklappen. Ein Netzteil darf natürlich auch nicht fehlen. Das haben wir hier unten drunter. Sieht auch gar nicht schlecht aus. Nicht so ein typischer, ja, super hässlicher Klotz. Sondern immerhin mit ein bisschen Design. Auf der rechten Seite haben wir dann hier noch einen kleinen Adapter. Nämlich von USB auf LAN. Das Gerät hat nämlich keinen dedizierten LAN-Port. Aber hiermit kann man dann eben dennoch LAN ganz normal benutzen. Das ist auf jeden Fall gut. Und dann haben wir hier oben noch einen Schraubenzieher. Das ist ja auch nicht schlecht. Und zwar kann man hiermit das Gerät öffnen, wenn man es zum Beispiel warten möchte oder warten muss, wie auch immer. Und ich vermisse noch ein Stromkabel. Da haben wir es. So, das wird dann langsam alles gewesen sein. Hier also noch der ganz normale Stromstecker. Und damit ist die Verpackung dann leer. So, jetzt können wir uns endlich um das Sephyrus kümmern. Und das fühlt sich auch durch die Folie schon ziemlich, ziemlich hochwertig an. Alleine eben schon, weil es diese coole, dünne Bauform hat wie ein Ultrabook. Aber jetzt nicht mehr viel rumquatschen. Wir legen das Ganze hier mal kurz auf den Kopf. So, und hier haben wir wieder eine Lasche. Also wie gesagt, Verpackung ist super. Und dann können wir uns das Gerät hier endlich nehmen. Das hat einfach einen richtig geilen Look. Das ist so ein gebürstetes Aluminium. Und es sieht nicht nur so aus, es ist tatsächlich Aluminium. Das Notebook besteht zum größten Teil daraus. Teilweise kommt auch noch Magnesium zum Einsatz. Also sehr, sehr geile Materialien. Hier auch schön natürlich das Asus-Logo. Oder beziehungsweise das AOG-Logo. Und klappen wir mal auf. Ey, es ist wirklich Premium. Also es fühlt sich wirklich einfach Premium an. Sehr, sehr hochwertig. Und hier seht ihr auch direkt, warum die Handballenauflage vielleicht gar nicht so doof ist. Ach, wobei. Na, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also ich finde die Kante hier gar nicht so schlimm, wie ich es am Anfang dachte, als ich die Bilder gesehen habe. Naja, vielleicht braucht man die Handballenauflage doch nicht unbedingt. Aber für den Heimgebrauch oder so, oder allgemein, wenn man eben einen festen Untergrund hat, ist es vielleicht gar nicht verkehrt. So, jetzt aber erstmal nicht zu so unwichtigen Dingen, sondern schauen wir uns das Teil erstmal insgesamt an. Das Gerät sieht halt einfach aus wie ein hochwertiges Ultrabook und eben nicht wie ein High-End Gaming Notebook. Also meiner Meinung nach sieht man dem Gerät die Leistung, die es hat, nicht an. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat das Gerät denn an Leistung? Und wie gesagt, wir haben eine GTX 1080 hier drin. Und zwar in dem neuen Max-Q Design von NVIDIA. Das heißt, die ist so ein bisschen beschnitten, hat also etwas niedrigere Taktraten. Einfach um den Stromverbrauch und somit natürlich auch so ein bisschen die Abwärme niedriger zu halten. Dieses Max-Q Design ermöglicht es halt, in solchen dünnen Notebooks jetzt auch eine GTX 1070 oder 1080 einzubauen. Weil bisher hat man eigentlich da nur eine 1050 Ti oder eine GTX 1060 bekommen. Will ich jetzt nicht abwerten oder so, aber eine GTX 1080 in so einem Notebook ist natürlich geil. Vor allem, weil auch die restlichen Daten sehr, sehr geil sind. Zum Beispiel das Display. Es ist ein IPS-Panel, was natürlich tendenziell schon mal gut ist für Blickwinkel, Farben etc. Aber es hat 120 Hertz. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil bei so einer Grafikkarte macht ein 60 Hertz Panel einfach keinen Sinn. Also es ist Full HD, aber dafür mit 120 Hertz. Und ich denke mal, zum Zocken ist das genau die richtige Wahl. Zur 1080 gesellt sich ein i7-7700HQ, also sozusagen das Gegenstück zum 7700K bei den Desktop-Rechnern. Außerdem haben wir 24 GB RAM, eine M.2 NVMe SSD, also ordentlich schnell. Wie schnell genau, werden wir natürlich später testen. Und das ist auch der einzige Speicher, den wir hier im Grunde drin haben. Bei diesem flachen, dünnen Design ist einfach kein Platz für ein 2,5 Zoll Laufwerk. Aber dafür kriegt man also bis zu einem Terabyte Speicher hier mit der M.2 SSD. Auf der linken Seite haben wir einen 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Das ist ein kombinierter Port, das heißt also für Headset und Mikrofon gleichzeitig. Das werden manche von euch vermutlich gut finden, andere wieder nicht so gut, je nachdem, was ihr eben verwenden möchtet. Daneben sind zwei USB 3.0 Ports, einmal HDMI und dann noch der Port für das Netzteil. Die rechte Seite bietet dann noch einen Kensington-Log, zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse und einmal USB Typ C. Also eigentlich ist hier alles dran, was man so braucht. Und für ein so dünnes Gerät sind das sogar relativ viele Anschlüsse. Also viermal USB 3.0 zum Beispiel ist schon wirklich eine gute Sache. Ich persönlich hätte ein Kartenlesegerät noch ganz cool gefunden, weil ich halt viel mit Videos und Bildern und so weiter von SD-Karten arbeite. Aber für die meisten Gamer wird das vermutlich nicht so wichtig sein. Aber wie gesagt, ansonsten eine ganze Menge Anschlüsse, das ist wirklich gut. Ziemlich clever finde ich das Kühlkonzept. Es ist nämlich so, dass sich automatisch, wenn man das Display öffnet, die Bodenplatte ein Stück absetzt, beziehungsweise so anhebt. Das Notebook steht dann leicht keilförmig und unten ist dann eben deutlich mehr Platz für frische Luft, damit das Gerät dann vernünftig gekühlt werden kann. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann eben in der Praxis aussieht, was wir da so ungefähr an Temperaturen, Lautstärke etc. haben werden. Aber generell auf jeden Fall eine coole Idee. Ich muss auch wirklich sagen, zumindest jetzt nach dem ersten Angucken und Anfassen, dass das Gerät wirklich hochwertig aussieht und natürlich sich auch so anfühlt. Wie gesagt, die Materialien sind schon mal ziemlich cool. Aber dann auch so Sachen, wir haben zum Beispiel umlaufend so eine abgeschliffene Kante, die dann so rot schimmert. Und auch wenn wir uns zum Beispiel mal die Rückseite unten angucken, eben bei der Kühlöffnung. Das sieht ziemlich geil aus und somit meiner Meinung nach optisch schon mal ein absoluter Hingucker. Als letzte Tat für dieses kleine Unboxing werden wir das Gerät jetzt noch einmal kurz anschalten. Dann können wir zum Beispiel einmal das Display anschauen etc. Und alles weitere kommt dann natürlich in einem separaten Review. Also ich mache einen ausführlichen Testbericht zu dem Teil, weil es mich einfach wirklich interessiert, wie diese Leistung in einem so kompakten Gehäuse performt und wie gut mir das Gerät am Ende gefällt. So, da sind wir auch schon hier im Einrichtungsbildschirm. Da gehe ich mal ganz kurz durch. Und zack, da sind wir auf dem Desktop. Sieht auf jeden Fall jetzt so auf den ersten Eindruck wirklich nicht verkehrt aus. Schöne Farben, auch die Blickwinkelstabilität ist, wie ich das jetzt beurteilen kann, super. Und meiner Meinung nach Full HD reicht auch vollkommen aus. Also für ein 15,6 Zoll Display ist Full HD eine gute Auflösung. Zumal ich hier die 120 Hz lieber nehme, als zum Beispiel eine etwas höhere Auflösung bei 60 Hz. Also in einem Gaming Notebook macht das so meiner Meinung nach am meisten Sinn. Damit sind wir dann am Ende von diesem Unboxing angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Gerät hier haltet. Vom Asus Cypheros. Ich persönlich finde es auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr cool. Mega viel Leistung, schickes, hochwertiges Gehäuse. Aber es hat natürlich auch seinen Preis. Also es wird in der hohen Konfiguration, hier mit 24 GB RAM, halben Terabyte Flashspeicher und so weiter, wird es ungefähr 3000 Euro kosten. Zumindest jetzt erstmal als Startpreis. Aber ich will jetzt erstmal so fair sein und dem Gerät die Chance lassen, sich dazu beweisen. Und dann diskutieren wir im Review, ob dieses Gerät eben das Geld wert ist. Und damit würde ich sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.